Und dann gibt es gleich Wirbel-Äxte für meine Krieger. Eine Einheit wurde aufgewertet. Und ja, ich denke mal, wenn wir mit so 15 Kriegern... ...und unseren Heroes da aufwarten, sollten wir den Mosaikwächter umnutzen können. Aber wie gesagt, das Mosaik selber, den lassen wir lieber noch in Ruhe. Ich finde es toll, wie man echt nah ranzoomen muss, um das Mosaik zu sehen. Also, das ist im Augenblick noch kaputte Mosaik. Ja. Zum Angriff! Bereit für die Rune! Hier. Sofort. Weil das das Mosaik da gleich um die Ecke steht, verheißt auch nichts Gutes. Jedenfalls für uns. Den Seelenfels habe ich aktiv, den Seelenfels habe ich auch aktiv. Wir kriegen langsam ein bisschen Erfahrungspunkte. Und ja, wenn ich die Arbeitsruhne haben könnte, die... ...eine Stufe höher ist, das wäre dann schon mal ein großer Gewinn für uns. Bereit! In die Schlacht! So wie auch jedes Level, das wir machen, ein Gewinn für uns ist. Also ich sag mal so, wenn wir mit Fast Home fertig sind, wäre ich schon so gerne Level... ...16, 17. So, die ersten fünf Krieger. Und ja, so fertig, dich noch mehr Ressourcen da hinten irgendwo. ...finde. Und ja, okay, die Untoten, die kommen eher aus dem Abzweig, ne? Eine Einheit wurde aufgewertet. War zwar keine Einheit, sondern ein Gebäude. Aber... Ist egal. Sie sind überall! Geht so in Gefahr! Feindlicher Angriff! Auf meinen Commander! Und ja, das hätte ich schon öfter mal nutzen sollen. Vor allem gegen den... ...gegen den hier unten. Ja, das ist ein bisschen praktisch gekommen. Ich frage mich gerade, ist mein Wolf auch schon wieder verpufft? Du kannst ja auch mal einen beschwören. Ich glaube, Sider ist größer als meiner, kann das sein? Wirkt ein bisschen größer. Ist ja auf zwei Level höher als meiner. Ja, und für Verteidiger brauche ich dann halt noch mehr Eisen. Und ja, das ist ein bisschen größer. Einheit wurde aufgewertet. Das kann ich auch mal machen, für Eliten und Älteste. Oh. Kommt die von hier oben? Sie sind überall! Schlagt sie zurück! Fang mich doch! Ja. Campmänner! Ja, sofort. Zum Angriff! Beute machen! Ist stahl! Auf meinen Befehl. Okay. Ja, folgt mir. Dann schnappen wir uns mal unsere Armee. Kampfbereit! Kurz, solange wir Luft haben. Ah, die kommen auch angerannt. Zu allem entschlossen! Mir nach! Und los! In die Schlacht! Und dann werden wir mal kurz die Flosaikwächter los. Oh. Linien müssen halten! Hier bin ich! Vorsicht! Gegner! Gut, das Mosaikwächter los. Lassen wir in Ruhe und... gehen wir dann mal nach hier oben. Folgen mir! Gibt es Arbeit? Kinderspiel! Ihr wünscht... So, jetzt hätten... Jetzt können wir uns... Und los! Ruhe ausbreiten! Kinderspiel! Also gerade hier ein mittleres Haupthaus errichten. Weil da kommt ja schon wieder ein neuer Angriff. Hier wohnt! Hier wohnt! Oh. Wow. You! Mama! versuchts nur sie sind durch männer einfacher zwei hände ist der einfache zwei hinter nein er ist auf jeden fall schlechter wäre aber besser als das teil sofort so jetzt den eisgeist bei fernweg machen mir nach kämpft männer haltet durch männer schlagt sie zurück lasst sie nur kommen schlag sie zurück schließt die reihen kommt nur her die rune wird sofort ausgeführt dann errichtet ihr mir mal große waffen cover und los für die rune ok doch kommt nichts von hier unten die ahnen rufen nur her zu befehlen okay hier unverzüglich wieder dahin ich sollte mit den 15 kriegern auch alleine hier noch die ecke gucken können das sollte ja eh nur noch der hier sein feindliche angriff zu befehl vorwärts krieger die rune befiehlt zu befehl die rune ruft zu allem entschlossen mit festem schritt voraus das ist ein letzter fehler kampfbereit hier bin ich das ist eine schule wir werden angegriffen aber das ist eine falle der ist aber schick ja bei diesem level aber auf jeden fall schwere rüstungen auf 6 bringen und eine hexa ruhe zu allem entschlossen so da brauchen wir noch ein sanktum spuckt in die hände männer eine einheit wurde aufgewertet upgraden wir können uns so ein paar krieger holen und dann gilt es verteidiger auszubilden schnell schnell eins sch 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 uns wir wir So, wenn das Sanktuarium fertig ist, dann gucken wir mal. Wir haben bereits alle Upgrades aus dem Sanktuarium erfüllt. Die Rune ruft. Die Truhe ist verschlossen. Den Schlüssel von Devos verwenden. Der Schlüssel passt, die Truhe kann geöffnet werden. Aura der Heilung, der Grubenkämpfer, der nicht so toll ist. Und die Wunting-Tor. Okay. Geht es los? Das Gebäude ist fertig. Schlagt sie zurück! Oh, wir werden wieder geistern angegriffen. Kommt hier! Feindlicher Angriff! Feindlicher Angriff! Schlagt sie zurück! So, jetzt brauchen wir einen Verteidiger. So, jetzt ist die Flie zu Sankt. So weiter gelöstet werden. So, jetzt Co- und Kожалscht. So, jetzt mal sieht man! So weiter! So wreckiertes Ofel!